Freunde, die EM steht in der Tür und wir haben die ersten EM-Rewards geöffnet. Der L war auch wieder am Start, sehr, sehr viel Brüche, am Ende ein sehr, sehr spannendes Finale gewesen. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, Daumen nach oben da lassen, wer gehypt ist auf die EM, kostenloses Abo rausschallern und wir sehen uns Dienstag wieder live zur nächsten Folge Battle Packed to Glory, Fütter Edition. Sind wir brechen wollen, ich waff da ab, hopp auf, ich will ins Battle rein. Ja, legen wir rein, ich glaube, meine habe ich doch abgebrochen, oder? Ne, es geht um das 650er Packed Chat. Äh, Weg zu Ruhm? Ja, die alte Regeln, ne? Wir haben 4, 2, 3, 1 muss genommen werden. Ja, 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 alte Regeln. Boah, ich nehme die Flache. Komm, damit gehe ich rein. Scheiße, wir haben beide 4-Triple-2. Ich überlege gar nicht langzeit, ich gehe ins Fläche. Was hast du gelaufen? 4-4-2, einfach der Klassiker. Geh mit einem Van Dijk einfach mal rein. Ja, ich gehe mit einem Van Dijk, komm. Jo, ich probiere mal die 4-Triple-2 wieder, komm. Ich gehe mit einem Van Dijk. Ey, ja, schickinator. Ja, perfekt, ist jetzt der Dijk meiner Rolle. Hast du schon einer? Ja. Ah, Chat, die haben, sind wir jetzt los? Die haben direkt zwei Dinger gar nicht mitgekriegt, Alter. Voll lauter, lauter. Komm, gehe ich jetzt schon wieder auf den Bauch, oder was? Gar nicht mitgekriegt, Chat. Boah, trockbar, mitnehmen. An Nation ballern die durch. Oh ja, also sieht ja auch echt super aus bei mir. Ja, meiner auch, zimber. Klasse. Scheiße, wir lost. Ja, da ist der zweite. Das darfst du nicht schon wieder... Die muss ich halt auch durchkriegen. Oh yes, Baby. Möchte ich, der erste ist da. Oh ja, da ist der zweite. Bruno Gamayres kam neu. Du, hast schon drei, oder? Vier. Drei. Drei. Komm, Digga, ich kann schon wieder aufhören. Hör doch auf, sich rumzuhammern am Ende. Nein. Oh, Davis gibt es doch aber auch. Ich will nicht mehr. Ich habe einen Krumpligl. Krumpligl. Ich nehme mal mitchatten, Davis. Ich muss, ich muss, gibt es zwar anders, aber ich muss auch ein bisschen auf Chemie kommen. Dann klappe ich mir einen Krumpligl in der Reihe. Carlos Alberto ist wundervoll. Ah, Quadriol. Ah, Medina. Oha. Oha. Kemen. Scheiße, eh. Willkommst du aber dir. Da bin ich doch. Shit. Raum, der Ehrenmann, der auch Tisi guckt. Bester Mann. Scheiße, Mann. Nimm ich mit dafür. Warte mal, dass du wieder rumheulst. Den haben wir jetzt da. Oh, Hakan Cananoglu. Oh, ich könnte aber hier in die Premier League mit eintauchen. Aber ich gehe lieber nach Italien, oder? Aber da habe ich hier auch nichts. Wie packe ich denn da jetzt ein? Kudos oder Cananoglu? Scheiße, vorne zum Schoko hätte er was. Oha. Digga, ich bin ja so dumm. Was? Oh mein Gott, Chad. Ich habe ja gar kein ZOM. Wie blöd bin ich denn? Ach, du Scheiße. Da habe ich gerade gehangen. Shelby. Ach, du Scheiße. Scheiße. Digga, war das dumm. Yes! Boy! Scheiße, der kommt ja gerade richtig rein. Wie dann mit Frankreich? Da habe ich mir jetzt. Eins, zwei, drei. Du? Vier. Was? Eh, auch drei. Entspann dich doch mal. Digga, ey. Ich bin angespannt aktuell. Ich habe aber nur Müll gerade. Ich habe nur Müll. Wow! Kreuvinator vorne rein. Muss ohne reden. Habe ich ein LM? Shell hier. Aber ich kann doch keinen Shell wieder reinstellen. Let's go! Babyboy! Babyboy! Daniel, boy! Sehr schön. Ah, sieht gut aus. Alter, wichtig. Wow! Rülli, Rülli, Rülli. Warum be... Oha! Aber jetzt muss ich mal gucken. Senior, Rülli auch nochmal am Start. Mitnehmen, Chat. Ein Gaulet. Da hat noch ein IV irgendwas. Ich brauche noch ein IV. Oha! Da habe ich auch gekassiert. Mitnehmen. Mitnehmen. Vier Stück habe ich gerade aktuell dringekriegt. Was steht da in die Bewertung? Ich brauche aber noch... Yes! Im IV. Aber die kommen halt erst auch noch. Nico Williams. Medina wird mich halt dahin... Oha! André, der Ehremann. Oha! Die Marco kam doch IV. Perfekt. Haberts denn jetzt hier bei mir noch? Ja, Torwart. Ach du Scheiße, Alter. Bin ich hier beim Schwitzen, ne? I don't know when that is... Fuck. Habe ich einen Fehler gemacht? Scheiße. Anscheinend habe ich einen Fehler gemacht. Fehler gemacht? Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Ah, der kann auch... Ah, perfekt, Chat. Ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Hier muss ich jetzt kurz weise überlegen. Nämlich die Premier League. Habe ich einen Engländer drin? Nee. Ich muss jetzt hier weise überlegen. Ja, ich muss einen Dumfries mitnehmen. Auf richtig ekelhaft. Ja, Dumfries. Weil dann kann ich nämlich das so machen. Kann den da reinstellen. Und kann dann Dumfries da rüber machen. Jetzt ist nur noch Torhüter. Ach du Scheiße. Ich muss ihn mitnehmen. Ich muss ihn mitnehmen. Eins, zwei, drei. Ich habe fünf drin. Ich dummkopf. Ja. Deswegen Lost. Ja, keine Chance. Ich habe fünf. Ich habe in Köln noch drin. Keine Chance. Oh mein Gott. Keine Chance, Chat. No Chance. Wisch dich. Da komme ich nicht drüber. Die war es, ne? Vier, triple, two. Die war es. Nee. Da komme ich nicht drüber. Fünf Stück und eine 93er Bewertung steht da. Da komme ich nicht drüber. Muss ich auch. Muss ich Hand heben. Hebe ich Hand, Scherz. Da habe ich keine Chance drin. Keine Aktien. Auch kein schlechter eigentlich. Eine 125. Eine 129 mit Extrapunkten. Für das Ding wäre es gut. Ja. Aber keine Chance. Digga, ich komme mit einer 129. Verliere ich das Ding, ne? Weil ich habe eine 131. Das ist schon krank, Alter. Ich habe einfach eine 131. So, Zimbo. Ich lege ein bisschen ein Auge, sage ich ehrlich. Verstehe ich. Ach, Digga. Das war Quaradonna, oder? Digga, das ist ein Quaradonna, Alter. 95. Digga, was? Oblakowitsch, der ist auch nicht verkehrt eigentlich. Oblakowitsch. Aber ein Quaradonna ist ja geisteskrank. Was kostet denn der? Haben wir eben gar nicht gesehen, oder? Jetzt ist oben. Sturm. 500 K. Sehr guter Torwart. Oblak sehr stark, aber ich weiß halt nicht chemietechnisch. Oha. Ja, auch noch. Fülle. Alter, geil. Fülle. Alter, Finesse und First Touch. Fülle. Digga, was ist mit Fülle los? Finesse und First Touch. Der muss doch gut sein. Ist hier noch gar nicht drin, oder? Geiles Pack, sage ich ehrlich. Ja, ich habe ja noch einen Schweichel weggenommen. Sage ich euch auch ehrlich. Ja, Fülle hat voll die Metakarte, oder? Hat geile Werte. 4, 5. Niki, achte. 63 K halt, aber warum so günstig? Hat eigentlich gute Werte. Quadiol hat auch noch. Was ist eigentlich mit dem Kamerad hier auch los? Guter Sapp, würde ich mal behaupten. Ich bin ein stinkiger Einschützer. Rot wie Verweiß, ich bin aber wirklich ein Rice-Fan, Jungs. Nein! Drogba! Der neue Drogba! Ach, nö! Boah, die sind so gut im Bier. Scott ist der gut. Geil. Nein, Dicker, das ist nicht normal, Alter. Scheiße, was? Hä? Boah, Timo, ich habe den weggemacht, ne? Das ist geistig geschwört. Timo, ich habe den weggedonnert, das hast du schon weggesehen. Es ist, Alter, das wird die unverdienteste Sieg in Battle Pack 2 Glory, die es gibt, Alter. Vorne, der vergisst den Ball beim Schießen. Da muss man konzentriert bleiben. Ach, was denn das? Forkü! EA! Saint-Maxim! Und auch wieder ein Rodrigo, Dicker, fühle ich gar nicht. So Dinger da, die sind ja so abfuck. Och, was ist denn das? Boah, du Scheiße. Dicker, ich schwöre es dir, durch diese ganzen Geschenke, die ich bekomme, kriege ich solche Gegner. Was soll ich denn da machen? Alter, das ist doch geistig. Junge, was ist denn das? Ist der ein E-Sportler oder was? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich habe noch nie so ein cleanes Gegentor bekommen. Noch nie in meinem Leben. Player-Lock perfekt eingesetzt. Übersteiger. Jungs, woher? Woher nehmen die die Energie? Ich denke, da mache ich gar nichts. Da mache ich gar nichts. Da gucke ich wieder zu. Kann wieder Niederlage eintragen. Oh mein, was macht der? Er geht komplett auf die Mutter. Ich glaube, das ist sinnvoll oder ich gebe einfach auf. Ich kann aufhören. Der ist doch safe gelistet. Wenn der nicht gelistet ist, fress dich im Besen. Ich komme nicht mal über die Mittellinie. Ich komme nicht einmal über die Mittellinie. Noah, VfL, wenn du rausgehst, schießt so ein Tor. Digga, was ist das? Ach, Chad, wie lächerlich ist das Tor, bitte? Der will rausgehen und schießt so ein Tor. Oh mein Gott. Ich schwöre es euch, das ist safe call, weil man die Siege geschenkt bekommt. Zimbo, ich habe von sieben Spielen sechs gegen dich gewonnen. Da kommt NRA her. Das ist doch schlussig, ja, da hast du drei Spiele geschenkt gekriegt. Ja, aber Zimbo, das ist eine andere Nummer. Da kann ich die Hand heben. Wenn ich bei dir da drüber hingucke, der spielt mit den Füßen. Das soll ich machen. Da gucke ich zu. Guck mal. Der macht mir Fahnen und Zier-Tore. Also, wenn der nicht gelistet ist, fress dich im Besen. Ey, immerhin kein Zehnerschlag, Chad. Waren nur neun. Waren nur neun, die ich geschluckt habe. Ist das krank, wirklich. Immerhin ne Zehnerschlag abgewehrt. Ah, das ist wirklich kromm, Jungs. Bei so einem Stand, Digga. Ich stehe neun, fünf. So einen Gegner, Digga. Was ist denn das? Ich habe Angst, Chad, dass ich durchgereicht werde jetzt. Was hat denn der? Oh, Van Dijk. Nein, Smith Plus. Die kannst du nicht greifen, die Dame. Ehrenmann, ich kriege auch mal einer geschenkt. Ehrenmann, ich kriege auch mal einer geschenkt. Dankeschön. Bei mir geht es auch, Chad. Ich sage euch, eigentlich will ich keiner geschenkt bekommen, aber in der Sache ist es mal okay. Ich bin vor allen Dingen bei der einen WL, wo du auch elf Siege geholt hast, hast du auch einer geschenkt bekommen für die L. So, dass einer zurückgelaufen ist, reingeschossen in die, da habe ich immer einzeln geführt und dann ist er raus. Nein, nur nicht. Bin ich mir sicher. Können wir wahr machen, ich habe noch nie einer gekriegt, der zurückläuft und rein schießt. Dann habe ich immer einzeln geführt und dann hat er auch gehört. Ja gut, wenn aber jemand aus dem Weg rennt und schießt, dann ist er nicht aus dem Weg. Ich habe einzeln geführt und der ist dann direkt raus. Weiß ich nicht. Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Strassbrock, du hast auch in deiner einen WL, da hast du auch der Clean ein Geschenk gekriegt, wo ein Sieg mehr war. Clean habe ich wirklich noch keiner gekriegt. Das war der erste jetzt. Allererste. Kurze Zündschnurrpaar. Äh, äh, rote Paketverluste. Was ist denn das? Boah, verkackt. Boah, wichtig, Chad. Ich habe auch schon wieder schnittig hier. Und auf, Digga. Komm, wandel bitte. Oh nein, ich habe mich doch dran. Ich distanziere mich von diesem Sieg. Ich habe Winger sogar, Digga. Ich distanziere mich von diesem Sieg. Ich habe es total ekelhaft von mir geschwitzt. Total ekelhaft. Aber es ist ein Aufstiegsspiel, Chad. Ich muss es mitnehmen. Ich distanziere mich von diesem Sieg. Ich hätte mich beleidigt. Ich schwör's euch, Chad. Wenn ich der Gegner gewesen wäre, ich hätte mich beleidigt aufs Übelste. Aufs Übelste hätte ich mich beleidigt. Digga, R1 mit Revaldo ist halt auch einfach unfil. Man wird dumm, wenn man es nicht nutzen wird. Der Van Dijk ist ein Endgegner, aber das ist halt einfach viel zu stark gemacht mit den Karten in dem Spiel. Das muss man einfach sagen. Also du kannst ihn gar nicht stoppen teilweise. Mit Di Maria genau dasselbe. Ah, die Narko ist schlecht, okay. Jungs, ich will es auch noch nicht nehmen. Ich kann es nicht mehr. Das ist ein Knallgas, man. Das ist so klein. Lichtig. Ich kann offensiv gehen. Ja, guck mal, selbst der holt seinen Torwart raus und selbst den blockt ein Bissek ab, Digga. Es ist so krass, Alter. Was auch sonst? Schön, Di Maria. Schön. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie der Fuß zurückgezogen wird? Habt ihr das gesehen? Wichtig schon, wichtig. Ist das krank, Digga. Das ist wirklich geil, ist das krank. Was da heute läuft, das ist wirklich Vogelwild. Es ist Vogelwild, was da läuft. Das ist wirklich, das ist verarschend von oben nach unten. Wir wollen nicht brechen. Schön, schon, ja. Oh, es geht noch weiter. Ich gucke gar nicht mehr vor, Alter. Was? Uh, ich hab'n Glück gehabt. Hey, Jungs, die WL ist over, Digga. Die WL ist over. Wichtig, Chat, wichtig! Kurz Glück gehabt. Glück, esse ich dir eh. Alter, war das ein anscheißer Spiel, Chat. Was hat er denn? Bitte kein Bissek. Ja, Tschech hat jeder. Bissek, Ferdinand. Aber wie Ball überhaupt? Digga, Beckham, du n***ten Vieh! Ja, ich bin noch da, aber komm, wenn ich's gehe. Richtig. Nee, ich, aber gut, ich fress die WL Dreck. Gehört auch mal dazu. Gehört auch mal dazu. Ich hab'n, das ist so gut gespielt, ey. Ich bin wirklich ein Ossie-Mann oder so was. Ich hab'n, das ist so'n Bissek. Und auf, du bist'n Macher. Und auf, du bist'n Macher. Das war auch wieder bei den Gegnern, der auch. Bis der sich ja vorne drin dreht, Digga, vergehen ja. Der Gegner ist ja leider gut, eigentlich. Der macht sich n'n Leder. Was'n Pass? Oh mein Gott! Oblak weiß, ich jetzt auch noch nicht so zum Einschätzen. Chad, habt ihr das gesehen? Es geht halt in die Verlängerung. Digga, es tut weh. Ich schwör's dir, aber es ist echt geisteskrank. Du musst immer die Hand nehmen. Chad, ich küsse Son seinen Arsch. Ich küsse Son seinen Arsch! Sein Gegner ist Leao, ey. Nicht gut. Ich find... Ich weiß nicht. Ich find Leao wirklich nicht so stark. Ich find, der ist so behäbig, so träge. Ich kann mir vorstellen, also im Sturm stell' ich mir den eigentlich noch schlimmer vor. Krank gespielt. Ein Gegner. Krank gespielt. Der Elfmeterschießen, Chad. Schießt er gut? Das ist mein Erscher. Nein. Das ist mein Erscher. Scheiße, 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 Scheiße. Ach, du Scheiße, Mann. Alter, Harry Kane, Digga. Was ist denn das? Junge! Boos aus der Hölle! Ja! Wichtig, Chad. Wichtig! Harry Kane, du enttäuschst mich nie, Digga. Digga, was kriege ich denn für Gegentore? Das ist ein Flachschuss. Bellingham aus wieviel Meter. Ach, Leao, ich küsse doch wirklich am Herz. Jetzt überlege ich mir das nochmal, Leao. Jetzt überlege ich mir nochmal. Wichtig, Jungs! Aus der Hölle nochmal auferstandene. Noch ein 13-7 geschürft, Jungs. Immerhin. Immerhin. Und ich sehe zwischenzeitlich echt nicht gut aus. Ach, komm schon. Chad, da war auch geil. Kommt, glaube ich, jetzt ein Bronken. Ach, so ein Blut. Ja, da kommt einer, der schreckt. Na, geil. Aber ich glaube nicht dran. Oh, Mono, ja. Fandasar. Ah! Oh, Dinantale. Hast du schon mal Gene hier, wo ich bin? Nee. Ich auch nicht. Jungs, also guck euch das eben an. Der krätscht einfach nach. Wenn Simon in einer macht, geht er auch raus. Wichtig! Ja, der ist komplett. Digga, es wechseln ist auch... Guck mal, hey, hallo. Man kriegt niemand. Das ist krank. Das ist krank. Ja, das beschreibt es eigentlich echt gut, ne? Der macht wirklich gefühlt alles einfach so 2-3 Sekunden einfach zu spät, ne? Wichtig, süß. Ja, ich höre es euch. Es spielt sich wie Arschgeige. Der darf durchbieren, aber auch durchkommen. Ich weiß die Hu. Was ist das? Äh, äh. Hab ich schon nie gesehen. Was ist denn das? Hä? Hab ich schon nie gesehen. Oh, das ist aber schlecht. Wo kommt der auf einmal her? Das ist krank. Man, ich muss auf den Sieg gehen. Oh mein Gott. Wo kam der auf einmal her? Ja. Ist das geisteskrank. Gegen so eine Gurke. Alter. Gegen so eine Gurke. Ach, du Scheiße. Oh Gott, Digga. Du das, Wildscher. Oh Gott. Ich schwöre es euch. Was war das denn? Oh Gott. Oh Gott. 9 zu 6, 3 Schüsse. Die sind eine Gurke. Hätte ich nie gedacht. Was war das für ein Ding? Der war wirklich sauschlecht. Sauschlecht. Außer zeigt nur das Eckballding. Das war krank. Könnt rein. Ähm, wie machen wir es denn? Ich sag die Euro-Dinger. Wir machen alle R3 einfach, oder? Mit was soll man immer anfangen? Mit den Euro, oder? Hat er noch, ne? Ja. Abgedrückt? Aber, oh, er hat einen Oblak. Oha, okay. Oblak. Aber, hab ich jetzt schon den Bratan, ne? Aber immerhin einen Oblak. Ich hab einen Martens. Parejo. Tripper. Ich sag alles, was sauer ist. Smalling. Also einen Oblak da rauszuholen, ist krass. Okay, nächstes Ding. Ja. Ab. Geh rein mit dem Alexander. Carrasco mein zweiter. Uten mein zweiter. Reis, mein dritter. Giesmann. Boah, die waren bei mir Reudist. Die waren hier gar nicht so verkehrt, ne? Einer von 3, 94 plus. Aber Oblak sag ich stark, da rauszuholen. Okay. Ich auch, warte noch. Ja. Ja. Oh, Lewandowski auch noch. Oh, Grimaldo in Rot. Digga, Grimaldo in Rot ist geil. Ist wichtig für dich ein Backup. Ja. Ist wichtig ein Backup. Sau wichtiges Backup, Mann. Sau wichtiges Backup für ein Discard. Ich weiß nicht, was kostet Grimaldo noch? Was kostet Lewandowski? Digga, krank. Jetzt hab ich halt auch Stürmer. Gib mir was RV-mäßiges. Junge, Grimaldo so wichtig. 100k, Grimaldo hat nur noch 289. Denkst du vor? Ich leg vor der erste. Revinja. Colowin. Oh, Stenway. Oh, Bacher. Digga, die war krass. Stenway? Ich glaub, mit der könnte man auch mal arbeiten, ne? England, Bayern, gut für Harry Kane. Könnte ich vielleicht ein bisschen was opfern. Okay, Maldo, Safe-Chat. Wen nehm ich denn mit? Jung, Stürmer hab ich zu viel. Ich nehm lieber die Stenway mit für meinen Account, oder? Ich sag auch, ich hab jetzt ein paar Mal gegen die gespielt, die war schon krass unterwegs. Stenway sieht doch gut aus. Okay, dann machen wir da weg. Oh, die Maria. Oh, auch gut? Hab ich aber halt schon. Als Deggab? Könne ich ihn aber doppelt nennen. Ich hab ihn, glaub ich, nur in Rot. Ah, okay. Soll ich vorlegen? Was machen ich, Chat? Ich nehm halt die Pinha mit, oder nehm ich nochmal die Maria mit? Was ist denn das? Müll. Zirkel der Champions, glaub ich. Passt der da rein? Ja, aber wie soll ich denn irgendwo reinmachen? Das ist ja das Problem. Ich nehm mit. Aber Grimaldo war gut. Ähm, bereit. Da gucken wir dann, was wir machen. Was soll da kommen sein, Chat? Oh! Nehmen wir nochmal mit. Almiron. Almiron noch mal mitgenommen. Wie geputzt hat der gelegt? Der war net so, sag ich ehrlich. Oh, ist wirklich schwach. Oh, oh! Zervan! Ein Perejo. Wunderfall, gut. Oh, das war ein Ultima-Teams-Pack, oder? Kann sein, ja. Ich hab ihn gesehen. Wer ist denn das? Ja, das ist der Muck, Handels der Hände. Ich sag sogar, der war schwach. Ist das so ein Muck, der Bremen? Da kannst du nichts über die Mitte spielen. Das war auch die ganze Zeit, die WLs vorher mal ein Problem. Du kannst kein Spiel aufbauen über die Mitte. Wenn du in der Mitte anspielst, sind die Bälle weg. Mit spielende Bratern. Muss jalla sau wichtig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020